Und nein, bevor jetzt einer meint, oh ja, komm ich Sub und reiß den Buddha da mit in den Tod. Ja, Subs haben einen Vorteil beim Toolkit, aber nicht einen dermaßen starken, dass sie öfters Events triggern können. Sie können höchstens öfters stärkere Events triggern. Weil sie halt einen Karma und Münzen Bonus haben. Das war's für ein Kollagen. Ja, ganz brauche. Da? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, die Kommoden, die ihr mir geschickt habt, die werde ich jetzt abreißen. Wobei, wir haben genug Holz. Ha! Na, du weißt ja nicht, was draus wird aus der Kommod, die kann ja auch meisterlich sein, du weißt ja nicht, was da ist ja noch eine Nase. Gina, ich habe Respekt vor Qualität. Aber wenn du drauf bestehst, dann bauen wir erst wieder alles hinten im Zimmerchen. Teil eines Raumschiffs sind abgestürzt. Okay. 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 Jetzt habe ich ganz vergessen, drauf zu gucken, wegen dem Zusammenschneiden. Ach. Ich muss mir doch mal ein Schneideprogramm besorgen. Ich wollte ja gucken, da ich Tana die Folgen teilweise in 30 Minuten cutte. Das ist nämlich schon wieder drei Stunden am Stück auf. Pfff. Weil Prana gerade ins Bett geht. Pfff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Lauf zum Roten Tapir. Prana Frühstück gibt zum Bestechen. Guck mal, Prana ist happy und alles. Na, noch 300 Arbeitsschritte. Na, noch 300 Arbeitsschritte, Gina. Mach das, mach das. Mach das, Toki. Zwei gute Nachttisch. Zwei gute Nachttisch. Heißt, heißt das, China möchte. Heißt, heißt das, China möchte einen guten Nachttisch haben. Zwei. Zwei. Soll ich dein Bett dann in die Mitte stellen? Soll ich dein Bett noch mal umstellen. Soll ich dein Bett noch mal umstellen? Und dann stelle ich rechts und links einen Nachttisch hin. Achso, nicht Kopie bauen. Aber ich verschwind mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ich hole mal kurz was zu essen. Also, das ist ja immer noch. Also limiting meine Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Gina Mal gucken, wie ist denn die Beziehung von Gina und Zana Untertitelung des ZDF, 2020 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 Prost sich dafür leicht hält. Natürlich darfst du wem vorschlagen, Gina. Dann sage ich erst mal Tschüss auf YouTube, bis zum nächsten Mal.